Monatelang habe ich darüber berichtet, nun endlich in meinem Testlabor Intels neue WebDialog Refreshed CPUs der 14. Generation. Hallo Intel-Freunde und willkommen zu einem weiteren Review-Video. Endlich ist es soweit, Dienstag, der 17.10.2023 um 15 Uhr fällt das NDA von Intel und die neuen CPUs sollen von jetzt an auch kaufbar sein. Gestern, am 16.10.2023, durften ja schon alle von Intel genannten Infos veröffentlicht werden. Mit Intel-eigenen Benchmarks natürlich. Aber seien wir ehrlich, was zählt, sind natürlich nur unabhängige Reviews. Intel hat den Testlabor dazu eine Samplebox mit zwei CPUs reingeschickt. Eigentlich wie jedes Jahr. Dieses Jahr ist die Box aber nicht ganz so hübsch und aufwendig produziert worden. Ja, wie sonst. Sonst gab es nämlich sogar noch ein paar kleine Goodies dazu. So wie sowas hier zum Beispiel. Und dieses Mal halt nur ein ja relativ schmuckloser Karton. Ja, mit eher unschönen und praktischen Pappschubern. Mal wieder. Ich hätte ganz gerne nämlich eine ganz normale Retailbox von Intel. Aber egal, am Ende geht es ja um die CPUs selber und den CPU-Inhalt. Und hier gibt es natürlich auch das Topmodell, den Intel Core i9-14900K und den vorab erstmal kleinsten der 14. Generation, nämlich den Intel Core i5-14600K. Dass diese Auswahl jetzt nicht sonderlich glücklich gewählt ist, ich denke mal, das ist sogar Intel selbst klar. Denn bei dieser 14. Generation hat sich nur sehr wenig im Vergleich zu 13. Generationen geändert. Grob gesagt bekommen eigentlich alle CPUs durch die Bank 200 MHz mehr Takt. Die DDR5-Standardgeschwindigkeit wurde auch etwas erhöht. Peng, das war's schon. Nur bei einer CPU gibt es auch mehr Kerne. Nämlich ausgerechnet beim 14.700K, der sich über vier zusätzliche Effizienzkerne freuen darf. Also die einzige CPU der 14. Generation, die wirklich deutlich mehr Leistung mitbringen könnte als ihr Vorgänger. Und was fehlt? Ja, natürlich der 14.700K. Wieso Intel? Trotz allem widmen wir uns heute eh nur dem 14.900K, denn die Test-Samples werden nur ganz extrem kurz vor Ende 11 verschickt. Mir blieb einfach keine Zeit, beide CPUs zu testen. Denn meine News-Videos haben natürlich höchste Priorität und die müssen natürlich auch noch abgeliefert werden. Daher ist der Test heute jetzt sicherlich nicht so extrem umfangreich, wie vielleicht bei einigen anderen Redaktionen mit teils zig Mitarbeitern. Denn ich stimme das hier alles komplett allein. Verglichen wird er ausschließlich übrigens mit dem Vorgänger, dem Intel 13.900K, auf derselben Hardware. Ja, soviel vorab, gucken wir uns die 14. Generation von Intel doch noch schnell im Detail an. Die technischen Daten Wie schon gesagt, wird Intel erstmal lediglich die K-CPUs in den Handel bringen. Also 14.900K, 14.700K und 14.600K samt der F-Version ohne iGPU. Weitere Refresh-Modelle werden wohl erst Anfang des Jahres 2024 erscheinen. Das ist aber nur eine Vermutung und keine Information seitens Intel. Technisch ändert sich so gut wie nichts. Das ist gut und schlecht zugleich das gute weiterhin ist Intel 1700er Plattformen am Start, die damit erstmals ganze drei Generationen versorgt hat. Nach der 14. Generation ist trotzdem Schluss damit. Trotzdem gibt es von den Herstellern neue Mainboards, wobei das gar nicht nötig ist. Neue Features gibt es wenig. Ein S-Work Z790 Nova habe ich jetzt zwar schon hier, das kam aber zum Test etwas zu spät. Bietet aber wie viele andere neue Mainboards auch erstmals Wi-Fi 7 mit 5 Gigabit Support. Ansonsten alles wie immer PC-Express 5.0, Intel 7 Fertigung, DDR4 und DDR5 Support und so weiter. Die wenigen Vorteile der 14. Generation zählt Intel hier aber jetzt nochmal auf. Nämlich höhere Taktraten, mehr DDR5 Takt, der mit Overclocking sogar jenseits der 8000 MHz liegen könnte und ein paar neue Overclocking Features. Und ja, Taktraten jenseits von 6 GHz können mit dem 14.900K weit überschritten werden. Was sehr positiv ist, die Preisgestaltung bleibt zumindest laut Intels eigenen Listen gleich. Das sind zwar jetzt nicht die offiziellen UVPs, aber die gleichen Preise wie schon bei der 13. Generation für den Handel. Wie die Preise im Handel ausfallen, solltet ihr bei Erscheinen dieses Videos aber denke ich mal sehen. Laut Intel gibt es hier bis zu 23% mehr Gaming Performance und bis zu 54% mehr Anwendungsperformance für Creator Workflows. Das aber nur im Vergleich mit AMD Ryzen 7950X 3D im Gaming und den 7950X in Anwendung. Aber das sind natürlich nur die absoluten Best-Case-Ausnahmefälle. Besonders im Gaming hat der 14.900K sicherlich so seine Probleme mit 1 bis Ryzen 7950X 3D. Denn mit nur 3,6% mehr Takt ist natürlich schwer deutlich mehr Leistung zu erwarten. Daher wurde von Anfang auch in etwa mit 3 bis 5% mehr Leistung vom 14.900K gerechnet. Ob das stimmt, werden wir uns in den folgenden Benchmarks mal genauer ansehen. Die Praxis Mein Testsystem besteht aus natürlich dem Intel Core i9-14.900K, den ich im gleichen System mit dem 13.900K vergleiche. Beide CPUs mit den von Intel vorgegebenen 253 Watt Power Limit. Daher ja, beide CPUs können auch ohne Power Limit betrieben werden und bieten dann noch mehr Leistung. Ich halte mich aber direkt an Intels Vorgaben. Das Mainboard ist ein S-Work Z790 Type-G. Als Speicher stehen 32 GB DDR5 mit 6000 MHz Z40 zur Verfügung. Und ja, mir ist bewusst, die Latenz ist jetzt nicht der Knaller. Das sollte die Tests aber nicht großartig verfälschen. Schließlich liegt schon der Takt über den offiziellen 5600 MHz, die Intel halt vorgibt. Ja, und die schnellste Grafikkarte, die ich zur Verfügung habe, ist die AMD Radeon X7900 XTX. Gekühlt werden die CPUs von einer NCXT X73 IO-Vacuum in einem Fentex NV7-Gehäuse. Da das Gehäuse extrem groß und luftig ist, sollten die Werte jetzt auch nicht unbedingt direkt mit eurem Gehäuse vergleichbar sein. Bedenkt das bitte unbedingt vor Kauf. Und als Netzteil kommt ein Bequite Dark Power mit 1000 Watt zum Einsatz. Und vielen Dank an Bequite, die mir kurzfristig dieses Netzteil zur Verfügung stellen konnten. Apropos Kauf, natürlich habe ich die neuen Intel CPUs auch ganz oben in der Videobeschreibung als Geizheitslink platziert. Los geht es wie immer mit dem 3D-Markt Timespy. Hier interessiert uns natürlich hauptsächlich der CPU-Score von 21.639 Punkten. Das ist definitiv mehr als beim 13.900K mit 20.846 Punkten. Und zwar ziemlich genau die erwarteten 4%. Und ja, das zieht sich auch so durch, denn beim Firestrike haben wir das gleiche Ergebnis mit 51.216 Punkten. Das sind 4% mehr als beim 13.900K mit 49.133 Punkten. Der 3D-Markt bietet übrigens mit dem CPU-Profile-Benchmark noch dazu einen schicken CPU-Benchmark auf Thread-Basis. Auffällig hier, im Markthreads-Benchmark liegen beide CPUs quasi gleich auf. Bei einem anderen Varianten liegt der 14.900K natürlich vorne, aber auch hier bei den üblichen 4%. Diese von 4% sind wie eingemeißelt und belegen. Mehr als beim Takt hat sich beim 14.900K einfach nicht getan. Der wird nämlich quasi 1 zu 1 in Mehrleistung umgewandelt, was übrigens auch durchaus positiv ist. Ja, und was interessiert uns am meisten? Natürlich die Spiele. Hier habe ich jetzt leider nur drei Spiele testen können, mehr war zeitlich einfach nicht drin. Alle Spiele testete ich in Full HD mit hohen Einstellungen ohne weitere Änderungen, womit Starfield dann auch mit der dynamischen Bildauflösung und FSR 2 getestet wurde. Die FPS liegen meist bei um die 100 im Schnitt, was gut zu sehen ist. Der Takt liegt durch die Bank bei 5.677 MHz. Das werden wir übrigens noch öfter sehen. Beim Stromverbrauch gibt es jetzt keine Überraschung mit knapp unter 200 Watt. Das muss aber jetzt keine Sorgen machen. Im GPU-Limit liegt dieser meist bei deutlich unter 100 Watt. Im Schnitt schafft der 14.900K hier dann 108 FPS. Der 13.900K liegt dann bei 106 FPS. Das sind 2% Unterschied und damit völlig unbedeutend. Merken wird man davon sicherlich nichts. Etwas besser sieht es schon bei Cyberpunk 2077 2.0 aus. Das Spiel, das aber auch den höchsten CPU-Stromverbrauch aller Spiele verursacht. Gut zu sehen an der wirklich starken CPU-Auslastung und auf fast allen Kern. Der Takt liegt auch hier bei 5.677 MHz festgetackert. Nicht ganz, aber fast genau 200 MHz mehr als die 5.491 beim 13.900K. Bei beiden CPUs ändert sich der Takt in Spielen dazu gar nicht. In Cyberpunk gibt es in meiner Benchmark-Szene dann 144 FPS beim 14.900K und 137 FPS beim 13.900K. Und das sind ziemlich genau 5% Unterschied. Der integrierte Benchmark bestätigt das Ganze übrigens nochmal mit 199 zu 189 FPS. Ebenfalls 5% Unterschied. Lies of Pi ist noch ziemlich neu. Sieht verdammt schick aus, hat aber überraschend niedrige Hardware-Empforderungen. Das merkt man auch an den teils sehr hohen FPS jenseits von 400 im Schnitt auf diesem System. Hier erkennt man aber auch schon ganz gut, dass der Verbrauch in der Regel deutlich niedriger liegt. Hier ist dank der niedrigen Anforderungen nämlich GPU-Limit angesagt. Die um die 100 Watt werden in höheren Auflösungen noch deutlich unterschritten. Die Schwellenteile sind übrigens bei beiden CPUs glatter als ein Kinderbo. Ja und die FPS? Wer hätte es gedacht? Diese liegen mal wieder 3% auseinander. 436 zu 425 FPS. Auch ein paar Anwendungsbenchmark habe ich auf den 14.900K losgelassen, die sogar eine kleine Überraschung mit sich brachten. Und zwar beim CPU-C Benchmark. Bei dem der 14.900K im Multi mit 16.733 Punkten leicht hinter dem 13.900K lag. Das muss jetzt aber niemanden beunruhigen. Der CPU-C Benchmark ist einfach sehr inkonsistent und reagiert auf jede noch so kleine Systemlast sehr empfindlich. Seien wir mal großzügig und sagen, beide sind hier ähnlich schnell. Dass der 14.900K aber durchaus von seinem höheren Takt profitieren kann, sieht man am Single-Thread-Benchmark. Hier liefert der 14.900K mit 953 Punkten immer deutlich über 900 Punkte und damit ganze 6% mehr Leistung als der 13.900K. Was mir übrigens schon so ein bisschen viel vorkommt. Sinnvoller ist er sicherlich, der Cinebench in der Version R23 und R24. Mit extremer Übertaktung sind hier beim 14.900K sicherlich auch die magischen 40.000 beim R23 dran. Mit 253 Watt liegen wir mit 37.216 Punkten aber noch ein gutes Stück davon entfernt. Der 14.900K ist damit knapp 2% schneller als der 13.900K. Im noch vorderen R24 sind es dann 3% Vorsprung mit 2.128 Punkten. Womit wir insgesamt in allen Benchmarks ganz klar das Erwartete bekommen. An die 3-4% mehr Leistung im Schnitt zum 13.900K. Und das ist extrem wenig für eine neue Generation. Nachteil. Für diese geringe Mehrleistung muss der 14.900K aber auch mehr schwitzen. Und er reicht in meinem Testsystem etwas höhere Temperaturen als der 13.900K. Im Cinebench R23 sind es nach 10 Durchläufen bis zu 95 Grad Celsius absolut unkritisch. Aber der 13.900K hat mit Standard-Lüfteinstellung nur maximal 89 Grad Celsius erreicht. Der R24 fordert spürbar mehr und er reicht beim 13.900K 94 Grad Celsius. Beim 14.900K sind es aber 97 Grad Celsius. Zwar hier rot dargestellt aber absolut unkritisch. Laut Intel sind diese CPUs nämlich für so hohe Temperaturen auch vorgesehen. Beim Takt habe ich damit auch erstmals in meinen heiligen Räumen einen CPU mit 6 GHz Takt sehen können. Denn in HW-Info hat der 14.900K im Cinebench R23 auch die 6 GHz mal geknackt. In der Regel sind es aber auch hier knapp 5,7 GHz bei voll ausgeschöpften Power Limit. Natürlich wollte ich auch mal die Grenzen ausloten. Das klappt mit Prime95 immer ziemlich gut im Small-FFT-Test. Hier springt der 14.900K recht zügig auf 101 Grad Celsius, reiht sich dann aber kurz danach bei deutlich unter 100 Grad Celsius ein. Ohne zu swatteln übrigens. Hier kam die Kühlung wohl ja jetzt nicht so ganz hinterher. Der 13.900K schlägt sich auch hier trotzdem besser und erreicht maximal 92 Grad Celsius. Und auf Dauer liegt er mit 91 Grad Celsius noch 3 Grad darunter. Kriegsentscheidend ist das Ganze aber nicht. Denn ganz klar ist, wer ein 13.900K oder 14.900K in seinen PC schraubt, braucht eine ziemlich starke Kühlung. Und das gilt ganz besonders für einen Betrieb mit offenem Power Limit, wo dann auch gerne mal über 300 Watt anliegen, die sich aber definitiv nicht lohnen. In Spielen bleibt der 14.900K dagegen völlig unauffällig. Im GPU-Limit bei Lies of Pisen ist oben die 60 Grad Celsius. In Cyberpunk, das man in der Praxis in diesen Einstellungen natürlich nie spielen wird, sind es um die 80 Grad Celsius. Im GPU-Limit sollte auch ein 14.900K selbst mit schwacher Kühlung nie zu heiß werden. Das Fazit. Na klar, könnte ich jetzt noch testen und testen und testen. Am Ende wird aber auch mit 50 getesteten Spielen kein anderes Ergebnis dabei herauskommen. Der Intel 14.900K ist knapp 3 bis 4 Prozent schneller als ein Vorgänger. Das kann man biegen und brechen, wie man will. Da ändert sich nämlich einfach nichts dran. Wie auch bei absolut identischer Architektur. Wir haben es hier halt nur mit einem getunten 13.900K zu tun. Mehr nicht. Interessant wäre jetzt sicherlich noch ein Vergleich mit dem 7950X3D. Der aktuell schnellsten Gaming-CPU der Welt. Aber auch diesen dürfte der 14.900K verlieren. Denn mit 4 Prozent Mehrleistung liegt der niedrigen Auflösung, also eher praxisfähigen Benchmark, im Schnitt, ja, vielleicht dann immer noch 5 Prozent hinter dem 7950X3D. Denn der 13.900K liegt 7 bis 9 Prozent dahinter. Maximal der 7.800X3D liegt vielleicht in Reichweite. Hier muss man trotzdem, denn auch im GPU-Limit, deutlich niedrigeren Stromverbrauch der AMD-CPUs mit einbeziehen. Noch dazu wird der 14.900K ähnlich teuer sein wie ein 7950X3D. Ja, in Anwendung ist der 14.900K sicherlich etwas schneller, die Intel-Plattform deutlich günstiger, aber es spricht halt leider auch einiges für die AMD-Plattform. Fakt ist, egal wie viel schneller als ein 13.900K, der Intel Core i9 14.900K ist eine verdammt starke und vor allem schnelle CPU, ohne Wenn und Aber. Wem der höhere Stromverbrauch alt bei AMDs, Top-CPUs egal ist und besonders wer sich gerne am Overclocking versucht, der wird mit dem 14.900K eine ganze Menge Spaß haben. Und bedenkt, auch mit stark eingeschränktem Powerlimit ist er immer noch verdammt schnell und die Effizienz wirklich gut. Das habe ich ja schon beim 13.900K getestet und ist logischerweise auch beim 14.900K nicht anders. Tja, mehr gibt es zum 14.900K von Intel nicht zu sagen. Keine Revolution und auch keine echte Evolution. Es musste einfach auf Krampf noch eine 14. Generation her und seien wir ehrlich, nötig war das nicht. Für Neukäufer sicherlich interessant, aber Aufrüsten von der 13. auf die 14. Generation, das wäre absoluter Blödsinn. Ja und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.